Und zugeschaltet ist mir jetzt der Argumentationscoach Jens Henning Fischer. Ich grüße Sie. Schönen guten Tag. Ja, am Tag nach diesem TV-Duell fällt das Urteil über Joe Biden vernichtend aus. Mit welchen Gedanken haben Sie denn als Argumentationscoach diese Debatte verfolgt? Man kann sich leider dieser Kritik nur anschließen. Die meisten Kommentatoren sehen es ja höchstens ausgeglichen. Die allermeisten sehen es ganz klar auf der Seite von Trump. Ich würde sagen, neben Joe Biden gab es einen weiteren Verlierer, nämlich die parlamentarische Demokratie. Der Gedanke, dass man sich durch Argumente und sich auseinandersetzen kann darüber und dann die bessere Meinung sich durchsetzen soll. Das war hier sehr schwierig, überhaupt irgendwelche Fakten zu finden. Sie haben es gerade dargestellt, das meiste davon war falsch. Und sonst ging es um Nebensächlichkeiten, wie wer besser Golf spielen kann. Und da würde man sich ja eigentlich wünschen, eine Auseinandersetzung über Politik. Und das ist hier komplett schief gegangen. Insgesamt war die Debatte, Sie haben es gesagt, auf einem echt schwachen Niveau. Woran liegt das? Ist das doch das Alter der Kandidaten? Ist das ein schlechtes Coaching vor der Debatte oder einfach Unfähigkeit von Joe Biden und Donald Trump? Ich kann in Sie nicht reingucken. Ich würde nur sagen, Donald Trump hat uns das geliefert, was wir erwartet haben, nämlich genau die gleichen Mix, der sonst immer da war. Und eigentlich hätte man ja erwartet, dass Joe Biden auch durch die Vorbereitung in der Lage wäre, dem klare, scharfe Argumente entgegenzusetzen und gelegentlich auch mal dann zu entkräften. Dass nicht alles gut geht, dass man einen Lügner nicht die ganze Zeit packen kann, ist ja klar. Aber Joe Biden hat die einfachsten Chancen liegen gelassen. Herr Wöhnweber hat es eben auch schon gesagt. Also ein weiteres Beispiel. Er würde selbst daran mithelfen, zu morden in den Städten. Was für ein Unsinn. Oder Donald Trump sagt, Amerika ist im Verfall. Das wäre doch für jeden Politiker die Einladung, sich hinzustellen und zu sagen, im Gegenteil, Amerika hat die beste Stunde noch Vorsicht. Es geht voran. Wir brauchen Zuversicht. Und so einen können wir nicht wählen. Und alles das hat Joe Biden ausgelassen. Also Trump hat sein Kartenhaus aufgebaut. Aber mir scheint es so, als wäre Biden nicht in der Lage gewesen, es umzuschmeißen. Ob das am Alter liegt, darüber müssen die Wähler jetzt urteilen. Aber mir scheint es eben doch ein Problem zu sein, dass Herr Biden da sich nicht hinreichend beieinander hatte. Obwohl ja beide, das muss man auch sagen, eigentlich keine schlechten Redner, keine schlechten Rhetoriker sind. Und insgesamt muss man ja sagen, die Debattenkultur in den USA, die ist eine ganz andere als hier in Deutschland. Hier wird Debattenrhetorik gar nicht viel Bedeutung zugemessen. Worin genau unterscheidet sich die Debattenkultur zwischen den Vereinigten Staaten und der Bundesrepublik? Mein Eindruck ist, dass insbesondere in diesem Fall der Präsidentenwahl es ja auch um eine persönliche Wahl geht. Also nicht nur darum, welcher Partei gebe ich meine Stimme. Selbstverständlich sind Wahlkreiskandidaten in Deutschland auch Personen. Aber eben in den USA ist doch dem Commander-in-Chief, dem Hauptverantwortlichen für ganz viele Fragen, nochmal eine persönliche Qualität zugeordnet. Und da geht es dann eben nicht nur um die Sache. Also kennt er sich aus, weiß der, wo es hingeht, sondern auch, ist das eine Person, der ich zutraue, Führung zu übernehmen? Und genau diese Frage hing ja die ganze Zeit wie ein Damoklesschwert über Bidens Kopf. Dass die Frage, ist er zu alt, hat er es noch im Griff, vergisst er vielleicht auch mal wichtige Fragen? Und bei Trump hat man sich nach meinem Eindruck so sehr daran gewöhnt, dass das gar keine Rolle mehr spielt. Und damit auch die moderate Mitte jetzt höchstwahrscheinlich zumindest Schwierigkeiten haben wird, Biden vollmundig zu unterstützen. Sie haben ja gerade schon über Alternativen gesprochen. Und leider ist da eben jetzt eine Debatte im Gange, die überhaupt nicht hilfreich ist für die Demokraten. Dankeschön für diese Einschätzungen. Jens Henning Fischer. Dankeschön für diese Einschätzungen.